hallo und willkommen zu einem kleinen info video und zwar geht es darum dass in letzter zeit leider die gerade die letzten parts die so hochgeladen wurden alle ganz schöne ton probleme hatten ich hatte jetzt schon bei diversen projekten noch mal neu aufgenommen den ton erneuert und ich werde auch schauen dass ich bei diversen projekten den ton noch mal ein bisschen irgendwie angepasst kriege allerdings kann ich das jetzt nicht bei jedem projekt machen weil dann teilweise noch mehrere stunden nach gespielt werden müssen oder ein spiel komplett noch mal gespielt werden müssen das ist natürlich zeitlich nicht drin und dementsprechend kann ich euch schon mal so viel sagen dass die kommenden projekte und kommenden aufnahmen alle bessere tonqualität haben werden da ich jetzt den fehler gefunden habe bzw hoffentlich jetzt auch alle fehler behoben habe und ja ich denke mal es wird wohl demnächst so als kleine entschädigung für die ganzen technischen probleme mal wieder ein kleines special gibt ich werde euch natürlich darauf laufen halten und ihr werdet dann sehen wenn es hochgeladen wird danke dann erstmal ich hoffe ihr seid noch dabei tschüss